Da steht Barst vor gut zwei Jahren, da gründet eine kleine Schar voller Bläden, Schlunkinspiration, eine Fahnenbrustreaktion. Die Körperschiftung stiftet an, wir gründet das Kulturwerk dann. Durch die Partnerschaft mit A und O geben wir Ratschetsniveau. Wir gratulieren auf, Schuh, 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 Leopold. Um den Lesungfestival, Musik, Theater, Kunst und Kriminal. Das Kulturwerk mischt sich kräftig an, wächst auf 81 wie fein. Ade Bahnhof, willkommen Kulturhaus, denn nicht sind wir voller Ideen. Wenn wir's wollen, wird auch was draus, gemeinsam werden wir's erleben. Kulturwerkrat steht ist dankbar, für jedes Mitgliedsexemplar, für Visionen, Taten, Text ganz klar. Das ist wunderbar, wunderbar.